Ich lerne Deutsch. Nummer 9821 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kinder erweitern ihren Wortschatz, indem sie täglich neue Wörter lernen und üben. Meine Haut hat sich noch nie so glatt angefühlt. Das liegt an der neuen Creme. Meine Haut hat sich noch nie so glatt angefühlt. Das liegt an der neuen Creme. Meine Haut hat sich noch nie so glatt angefühlt. Das liegt an der neuen Creme. Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Fehlt sonst noch etwas? Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Fehlt sonst noch etwas? Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Fehlt sonst noch etwas? Ich teste Fitnessübungen im Metaverse. Das wird der neue Trend. Ich teste Fitnessübungen im Metaverse. Das wird der neue Trend. Der Sportlehrer ermutigt die Schüler, ihre Ausdauer durch verschiedene Übungen zu stärken. Der Sportlehrer ermutigt die Schüler, ihre Ausdauer durch verschiedene Übungen zu stärken. Yoga ist auch für Senioren gut, um das innere Gleichgewicht zu finden. Yoga ist auch für Senioren gut, um das innere Gleichgewicht zu finden. Die Frau mit der Baskenmütze lehnt an einem weißen Hocker. Sie hat eine Hand in der Hosentasche. Die Frau mit der Baskenmütze lehnt an einem weißen Hocker. Sie hat eine Hand in der Hosentasche. Die Frau mit der Baskenmütze lehnt an einem weißen Hocker. Sie hat eine Hand in der Hosentasche. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Frau mit der Basenmütze lehnt. Die Frau mit der Basenmütze lehnt an einem weißen Hocker. Vielen Dank.